Und hey, zur nächsten Folge von Ark Survival Revolved. Heute gehen wir den Dschungel erkunden und zwar da... Okay, das ist überhaupt kein Dschungel. Hey, du liegst ja immer noch K.O. da. Warte. Komm, Dilo. Dilo, wo bist du? Ey, hast... Warum folgst du mir nicht mehr? Bist du... bist du behindert? Äh, Inventar. So giss ich mir jetzt ein... Eins von deinem Fleisch. Und dann schaue ich, ob der das isst. Der blöde da. Du Flugsaurier. So, du kriegst jetzt Fleisch. Isst du das? Ja, er isst... Okay, also ist er doch ein Fleischesser. Habe ich es doch richtig gewusst. Okay, cool. Also die dürften nicht so schwierig zu zähmen sein. Den lasse ich jetzt aber erstmal wegkommen noch. Okay, ich sollte essen, damit ich nicht mehr so hungrig bin. Ähm, Dilo, du sollst mir folgen. Das habe ich dem Fehlaussehen ausgemacht. Äh, Enable Following. Ja, du kommst mit. So, und... Hier hole ich mir noch ein bisschen Fleisch raus. Und esse ich noch ein bisschen was. Und nein, ich will keine... Ich habe jetzt nur Torch gemacht, okay. Dann sammle ich einfach noch ein bisschen Stein, solange ich noch hier bin. Stein, 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 damit ich auch schießen kann mit meinem Zeug da. Warte, kann sein, dass ich nur das Engram... Ja, ich habe nur das Engram da drin. Ähm, Inventar. Torch. Du kommst da unten rein. So. Stone Headshot wird repariert. Fleisch wird gegessen. Fleisch wird gegessen. Auf Steine wird drauf gehauen. Damit wir ein bisschen Versorgung haben fürs Losgehen. Aber ich zerstöre hier die ganzen Steine auf der Insel. Oh yeah. Und wie ich das mache. Fliegen so richtig in die Luft immer. Hm, so 50 dürfen dann reichen, wenn ich das habe, denke ich mal. Und dann schaue ich mal, ob das Fleisch noch fertig ist. Ich esse einfach nebenbei noch mal ein Stückchen. Oh Gott, mein Hunger voll wird, damit du nicht mehr so hungrig bin die ganze Zeit. So. Ja, Mann. Hey, die fliegen immer so weit weg. Ja, ja. So. Inventar. Okay, weißt du was? Das dürfte mir erstmal reichen. Oder? Ja, Put-Up-Fire. So, Dilo. Es geht's jetzt los darüber. Ich seh, ich seh das sogar schon. Sugar, schon, Schichtasch. Auf geht's. Ja, den Speer habe ich direkt auch noch gemacht, weil ich keinen mehr hatte scheinbar. Ich dachte, ich hätte noch einen, aber okay. Ist hier unten irgendwas fieses, bevor ich Angst haben muss? Nein. Scheinbar nicht. Gut. Da ist nur ein Koi, da vorne. Komm schon. Ich mag euch teile. Hm, das sind Pflanzenfresser, das weiß ich. Was kann ich denen denn zu essen geben? Einen richtig großen Leck gebe ich denen zum Essen. Ja. Gute Idee. Das Schwimmen in diesem Spiel ist so ekelhaft. Wirklich. Ja, komm. Komm, weiter geht's. Ich bin ja gleich da. Hör auf, immer zwischen Oberfläche und Unterfläche. Lass das. Das nervt. Komm schon. Komm schon. Lass mich da. Ich bin ja gar schon da. Alles gut. Ist die Lolo hinter mir? Ja, hallo die Lolo. Du springst so schön im Wasser rum. So wie es bei mir bestimmt auch aussieht. So, und da hätten wir schöne Supply. Christ. Oh, ganz viel Fleisch und Spark Powder. Sleeping Black brauche ich nicht. Water Skin nehme ich vielleicht mit. Kämpfer ist auch praktisch, wenn wir unterwegs das brauchen. Zwei Water Skins sind drin. Die brauche ich eigentlich nicht mit. Ach, nehme ich einfach mal mit. Und das Ding ist nämlich nicht mit, weil das unnötig ist. Ist da vorne ein toter Hai. Okay. Was ist hier unten, was den Hai getötet hat? Keine Ahnung. Aber. Den Hai, den verarbeite ich jetzt. Zu. Haifischsuppe. Gib mir, gib mir, gib mir Fleisch. Fleisch, bevor der andere Hai ankommen. Nicht umbringen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Oh Gott, nein. Lass mich. Oh fuck. Das sind viele Haie. Tilo. Nicht angreifen. Tilo. Nein. Tilo. Tilo. Ich bin da so ein Stück zurückgeblieben. Scheiße. Okay. Tilo. Oh Gott, nein. Tilo ist noch da. Verdammt. Scheiße. Ich muss jetzt ganz schnell da hinrennen und Tilo retten. Oh fuck. Komm schon. Tilo muss leben. Nein. 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 Josef Fred. Tilo. Kluge. Tilo. Tilo. Im. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will es aber gerne wissen. Ja, ich schlag mich gerade nur selber sehr gut. Komm schon, jetzt gib mir einfach genug, damit ich nochmal so eine blöde Pick machen kann, mit der ich dann noch mehr Bäume schlagen kann, damit ich eine Axt machen kann, mit der ich dann, äh, keine Ahnung, wo das gerade hinfällt. So, Axt. Ne, Pick wird gerade gemacht. Gut, wer war das? Was tut das? Ich mach's mir Angst. So, jetzt gib mir Flints, damit ich noch mehr, damit ich jetzt meine, kann ich nicht, verdammt. So, jetzt mach mir, gib mir Holz, damit ich meine Axt machen kann. Danke schön, du Arschbaum. So. Und jetzt mach ich erstmal ein Speer wieder. Brauche ich noch Fiber, dann sammle noch, ich sammle ein bisschen Holz und Stein und so alles. Voraus schon mal ein. Ach, Mann. So, du gehst mir Flint und Stein, bitte. Holz kannst du mir leider nicht geben. Genauso, wenn ich mir Thatches. Aber ich brauche jetzt alles, so, alles mach ich kaputt, hier. Oh Mann. Und dann gleich mach ich mir wieder mein Speer und meine vier Dingens. Kann ich Speer schon machen? Nein, kann ich noch nicht. Holz und Letzsch. Ah ja, genau. Klar kann ich keinen Speer machen. Ich brauche ja noch Fiber, ganz viel. Was zur Hölle liegt da denn Totes? Da ist so ein Arschlochrei. Die haben einen Delfin umgebracht. Nein, du bist ein Delfin. Äh. Was bist du denn da? Okay, tut mir leid, aber den werde ich jetzt schlachten müssen. Für Fleisch. Oh, da gibt es zum Glück sehr viel Fleisch. Hab ich Glück gehabt. Ah, Taming Food in den letzten Slot tun. So, null zum Füttern. Wo ist der Verletzte? Da ist der Verletzte. Was habt ihr denn für einen Seekampf gehabt, ihr? Waren das Haie? Ich kenn das. Ich kenn das nur zu gut. Komm her. Ich füttere dich. So. Die kämpfen gegen die Krokodile? Äh, Krokodile sag ich schon. Okay, ich füttere euch nicht mehr. Ihr wollt die Schildkröten umbringen. Dann geschieht es euch recht, dass ihr tot seid, ihr Penner. Was soll denn das? Aua, Schildkröte. Oh Gott, die Schildkröten sind brutal. Noch mehr Fleisch für mich. Sehr gut. Hab ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Fleisch bekommen. Groß. Ist mir egal. Ist praktisch. So, jetzt muss ich nochmal, äh ja, Fiber sammeln muss ich, genau. Fiber, Fiber, ich hab noch nicht genug Fiber. Und hier liegen Steine auf dem Bund, die ich auch aufsammeln kann. Sehr gut. Steine. Steine. Ah, hier sind Steine. Gut, die nehm ich mit. Okay, scheinbar kann ich die nicht mehr mitnehmen. Interessant. Interessant, aber okay. Das ist hart, aber fair. Ah, nein, das ist gar nicht fair. Das rede ich da. Das ist total unfair. Steine, bitte. Bitte die ganzen Steine. Ja, mir liegen so viele Steine auf dem Boden. Hebt die doch einfach auf, du Dummkopf. Warte, das ist, wo die Dilos vorhin die Dinge zusammengebracht haben, ne? Die Dodos. Die Dodotöter-Dilos, äh. Oh Gott, ich verhungere gleich. Ich muss mir ein Lagerfeuer machen. Lagerfeuer, 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 Lagerfeuer. Wo ist es da? Ach, du Scheiße. Ich, ja, ich bin jetzt schon am Boden an, verdammt. So, in die 5. Und da kommt's hin. Und da tue ich jetzt das Fleisch rein. Oh, hab ich nur, ah, okay. 20 mehr hab ich auch noch, okay. So, da kommt Wood rein, weil ich Wood gerade genug hab. Und das kommt, geht jetzt angemacht. Und ich sammle währenddessen noch mehr Fiber. Gut, und wenn ich jetzt noch... Na, wenn ich jetzt noch die Hälfte von dem Mutt da rausnehme, dann kann ich mir jetzt auch mal einen Speer machen. Gut, jetzt hab ich schon mal einen Speer. Und dann kann ich mir gleich auch wieder mein... meine Tötungs-Star-Dingens machen. Mein Tötungs-Slingshot. Da brauch ich nur noch mehr Fiber und... Ich brauch Halt dafür. Ach man. Wozu brauch ich dafür? Okay, ja, für Verschluss oder so. So, da ist schon gekrochtes Fleisch drin. Gut. Ja. Sehr gut. Noch mehr Fiber und Haut. Das heißt, ich geh jetzt... Oh, da ist noch so ein Toter. Den ich... Mit dem ich gucken kann, ob ich Haut von dem kriege. Gib mir Haut. Haut. Gib mir Haut. Ich weiß, dass du Haut haben kannst. Dein K... Ich weiß nicht, ob du das kannst. Aber... Auf jeden Fall gibst du mir sehr viel Fleisch. Das find ich schon mal gut. Und da ist noch einer. Ach, ich liebe die... Schildkröten. Die schlachten hier alles für mich ab. Damit ich das essen kann. Ja, locker Fleisch. Oh. Mehr Fleisch. Okay, sehr gut. So, wird mein Ding jetzt nachgecraftet hier. Ach fuck, ich hab das ganze Fiber, das ich vorher gesammelt hab, verloren jetzt. Ich freu mich, dass es später irgendwie eine schnellere Möglichkeit gibt, da ranzukommen. Denn wenn da... Gib mir das Fleisch. Das, damit ich das essen kann. Und dann geh ich jetzt da rüber. Und töte... Dilos auf dieser Seite, wenn da welche sind. Kommt schon, Dilos. Oder da drüben ist auch ein Dingens da. Genau, ein Dingens da ist da drüben. Okay, da ist ein Dilo. Gut. Die schaffe ich umzubringen. Was ich sehr gut finde. Zumindest, wenn... So einfach geht das. Und jetzt... Egal, mit der Axt. Gib mir Haut. Dankeschön. Jetzt, was brauche ich noch für die Slingshots? Äh, Fiber. Okay. Das lässt sich machen. Hier sind Büsche. Fiber. Danke. Noch mehr, bitte. Noch mehr, bitte. Bitte noch mehr Fiber. Ich brauch's. Ich bin so eine milde Spende von Fiber. Dankeschön. Sehr gut. Und jetzt hab ich meine Slingshot wieder. Ich schau mal... Ich hab sehr viel rohes Fleisch, deswegen schau ich mal, dass ich... Irgendwas auf dem Weg zähme. Schildkröten sind Pflanzenfresser, weil die haben die Viecher da nicht gegessen. Hm... Ich brauch einen... Ich geh erstmal zurück und hol mir das gekochte Fleisch wieder. Dass da... Irgendwas da sein sollte. So ein... Ich fänd's voll cool, eine Schildkröte zu zähmen. Aber dann brauch ich, glaub ich, richtig viel Beeren dann für. Und... Wenn ich dann... Mein Fleisch hab, dann guck ich, ob ich das Kämpfei noch mitnehmen kann. Wenn ich das auch nicht schlimm. Und dann töt ich irgendwas und... Äh... Ne, da töt ich nicht irgendwas, dann... Oh, Stein. Sehr gut. Kommentar. So, dann koch das Fleisch geben. Das geben. Und das geben. Das geben. Und das geben. Und dann kann ich dich auch mitnehmen. Ähm... Demolish. Du musst direkt kaputt, ne? Ist nicht die... Da muss die Construct stehen, damit ich's... Ah, nein, dann krieg ich Sachen sogar für wieder. Cool. Wenn ich's absichtlich demolische. Gut. Dann geht's jetzt auf. Zurück nach Hause. Vielleicht find ich da noch einen kleinen Delo, den ich zeigen kann. Ich... Da mach ich mir ne... Ich mach mir dann... Jetzt jeden Delo, dem ich... Dem ich begegne, ne... Den versuch ich dann zu zähmen. Dann mach ich mir ne ganze Delo-Armee. Was ist das denn da oben? Was bist du denn? Bist du ein... Das... Was bist du? Was bist du? Bist... Hä? Hä? Ein Fiomia? Was ist das denn? Ah! Oh, du bist süß. Nein, du bist nicht süß. Du bist nicht süß. Du bist nicht süß. Du bist ganz und gar nicht süß. Bleibt weg. Alter. Leck. Leck einfach noch mehr Spiel. Ich kann's grad gar nicht geworfen, dass du leckst. Danke. Alter. Ich bin erschöpft jetzt auch noch. Verpisst euch. Verpisst euch einfach. Ich hab eine umgebracht. Okay, gut. Ich hab beide umgebracht. Alter. Alter, war das knapp, ey. Diese scheiß Viecher. Was geht bei denen? Das geht mir erstmal alles, was ihr habt. Alter. Alter. Was greift mich da an? Nein. Armein. Och, fuck. Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Scheiße. Essen. Schnell essen. Schnell essen. Schnell essen. Ach, du scheiße. Das sind auch noch so verfickte Hurenameisen jetzt, die mich einfach nur angreifen und umbringen wollen. Für gar nichts. Was haben die davon, wenn die mich umbringen, ey? Oh Gott, da kommt ein Dilo auf mich zu. Okay, nein. Der tötet da vorne einen Dodo. Alter. Sonst geht's denen noch gut, ey. Okay, Dilo. Ich halte ein, was ich vorhin gesagt hab. Ich hab jetzt zwar wenig Leben, aber... Oh fuck, da sind noch solche Fickviecher. Willst du mich verarschen? Was ist das hier alles so voll von den scheiß Viechern? Oh man. Was soll denn das? Was sollte das jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Zum Glück konnte ich jetzt an meinem Bett wieder respawnen. Ist hier irgendwas in der Kiste noch drin, was ich gebrauchen kann? Naja, nicht viel, aber immer ein bisschen was. Und ich bin jetzt in meinem gewohnten Gebiet wieder. Matthias ist hier irgendwo, oder... Matthias, hallo. Oh, Matthias. Ich hab was Schreckliches erlebt vorhin. Ich hab vorhin was Schreckliches erlebt. Oh Mann. Hilf mir, Matthias. Du kriegst mehr Leben, damit du nicht so einfach umgebracht wirst. Okay. Leute, das war's jetzt mit dieser Folge von ARK. Wir sind wieder nackig. Und haben gar nichts in 25 Minuten mal von irgendwas Blutbösem da umgebracht. Bis zum nächsten Mal. Tschau. There you go. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.